59 Millionen Kinder auf dieser Welt gehen nicht in die Schule. Für mich als Vater von zwei Kindern ist das sehr bedenklich. Darum helfe mit bei der Aktion von jeder Rappenzelt. Bildung, eine Chance für jedes Kind in Not. Millionen von Frauen und Kindern haben bis heute keinen Zugang zu Bildung und werden darum unterdrückt und ausgenutzt und werden nie die Möglichkeit auf ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben haben. Ich finde, das darf nicht sein. Ich bin dankbar für meine Ausbildung. Ausbildung ist ein Grundrecht und sollte allen Kindern ermöglicht sein. Darum unterstützen wir Kinder in der Not, die sonst diese Gelegenheit nicht hätten. Remo, Pascal, herzlich willkommen hier in den Backstuben, zu Metztrinn, in der Golfisserie. Wir haben heute eine Aufgabe bekommen. Wir machen die spezielle FCL Edition Schutzängel. Sind Sie bereit? Für jeden Fall, sicher. Schön, dann legen wir los. Also, jetzt der erste Schritt ist, dass wir jetzt hier die Hohlkugel befüllen müssen. Und zwar, für das nehmen wir einen Tressiersack. Ich glaube, Pascal, du nimmst dir am besten mal in die Hand. Und dann würde Remo den befüllen mit unserer Pralinenmasse. Ja, jetzt einfach so drein spachteln. Und dann muss man einfach treffen. Wobei, eben, ihr seid da sehr treffsicher, also ist das schon mal überhaupt kein Problem. Dann hätten wir gewissen. Ja, wir machen das super. Ich sehe das. So, also, jetzt machen wir hier ein Loch. Voilà, das hat die Länge. Dann drücken wir mal vorne raus. Ja, sehr gut, sehr gut. So, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Hier haben wir eine Verstärkung von Juliane. Hallo zusammen. Hallo. Sie hat bereits die Schock in der Hand, die Flüssung. Und zwar tun wir jetzt die gefüllten Trüff, die wir jetzt hier vorbereitet haben. Da tauchen wir hier rein. Und jetzt müssen wir ganz gut schauen. Jetzt tun wir es raus trampieren, wie man das sagt, also überziehen. Und fallen sie in die Nüsse hinein. Und jetzt wäre Remo seine Aufgabe, dass die Trüff schön zu drehen, dass die Nüsse kleben bleiben. Gut, ja, wir kommen zum letzten Schritt. Und zwar tun wir jetzt ja die Nüsse, die jetzt um die Schutzängelchen herum kleben. Die tun wir jetzt überziehen, nochmal mit der Schock. Und dann ist es der wichtigste Teil, dass natürlich Schutzängelchen ein Originalflögelchen bekommt. Jetzt würden wir die hergestellten Schutzängelchen, die hier bereits schon dann Bleist drin sind, in die Schächte rein tun. Und dann kommt der Schieber drüber. Von dieser exklusiven FC Luzern Special Edition Schachtel. Dann würden wir den hier drüber stülpen. Und dann als letztes kommt dann noch der Qualitätssiegel drauf. Da muss man ganz sorgfältig aufkleben. So, Pasky, ab in den Fanshop geht die FC Luzern Special Edition der Schutzängelchen zu verkaufen. Für die Aktion Jede Rappenzelt. Hilf auch du mit. Jede Rappenzelt. Ich bin extrem froh, dass ich als Kind von einer guten Schulbildung profitieren konnte. Ich hoffe, das wird meinem Sohn auch mal so gehen. Leider haben die Möglichkeit nicht alle auf dieser Welt. Eine Ausbildung ist nicht alles. Aber ohne Ausbildung ist alles nichts. Ich habe einen Job, der mir grossen Spass macht und mich erfüllt. Ich habe auch eine sehr gute Ausbildung geniessen können. Das möchte ich hilfebedürftigen Kindern auch ermöglichen. Ich habe auch eine sehr gute Ausbildung geniessen können.